»Das ist nicht wie 1918«, sagte Madame Robert mit Bedauern zu uns. »Und dann ist da der arme Marschall. Lasst uns für ihn beten.« Der Krieg war zu Ende. Meine Eltern waren nicht zurückgekommen. Das Rote Kreuz glaubte in Theresienstadt ein Paar mit dem Namen meines Vaters und meiner Mutter identifiziert zu haben. Doch wegen einer Typhus-Epidemie war eine Quarantäne verhängt worden. Man musste warten. Ein unwirkliches Warten. Die Tage vergingen ohne irgendein Zeichen. Und in dieser ganzen Zeit fragte ich mich, wie werde ich meinen Eltern entgegen gehen? Werde ich überhaupt meine Freude ausdrücken können? Es gibt nichts Schlimmeres als diffuse, gegenstandslose Angst. Man fühlt, wie sie einen langsam überfällt. Man kennt die Vorzeichen, ist vor Schrecken überwältigt bei dem Gedanken, was sich da zusammenbraut. Überwältigt. Wie in alten Erzählungen die mephitischen Dämpfe. So stieg die Angst aus dem Abgrund der Nacht empor und überfiel mich in der Abenddämmerung. Im August kam Frau Frenkel wieder. Noch einmal fragte ich sie nach meinen Eltern. Da sah sie mich an und ganz langsam und sehr deutlich sagte sie, Mein armer Paul, verstehst du denn nicht, dass deine Eltern tot sind? 4. Oktober 1977 Wenn uns die Menschen einer nach dem anderen verlassen, setzt sich ihr Bild von selbst in uns fest und lebt in den Erinnerungen derer fort, die übrig bleiben. In den Erinnerungen und täglichen Gesprächen, in den Fotoalben, die man manchmal aus dem Schrank hervorholt, den Kindern zeigt und jenen erklärt, die nichts aus jener Zeit gekannt haben. Von Zeit zu Zeit schmückt man ein Grab und da sind die Namen auf dem Stein eingraviert.